Hallo Leute Altenmilch, wir spielen weiter in Final Fantasy 15. Also lässt sich ja auch mal hier gekämpft, ich bin nach einer kleinen Quest gemäht für den Prompt. Und ja, natürlich können wir hier mal direkt den Schoko rufen, dass wir mal rüber gehen. Das kann ja, um mal den Trial of Ramu zu machen. Also dem Ramu ist ein Tempel, oder sein Challenge, oder wie auch immer. Das steht umstehen, und das steht ja. Okay. Hallo Mr. Ma, ich kann mal direkt rund um der sehr gut Kato Blipas dran sitzen. Weil letzten Kato Blipas, die riesige Kreaturen, ne. Schaut mal prompt und gerade ein Minimissieren, wo Trimms gegangen ist, eben längst für Fotos zu holen von denen. Und ja. Das ist ja ein Plakat von Behemoth. Ja. Ich meine, ich komme schon des Platz hier aufeinander. Aller echter Demo. Um FF15. Ein Nenjin? Mängst du ein Pleasure? Oh fuck, ja. Okay. Okay, okay. Okay. Anscheinend könnt ihr irgendwie funktionieren bei den Schoko Wurst, dass man in nem Schlaght behandelt? Da weichert sich der Schoko Wurst die neuer und wer es ist, Mann. Okay, du hast die Größe froh, wo komm ne Schrei-Riwa? Ja, ich muss hier hin. Und wer geht nicht wirklich, ja? Nein, wer geht nicht wirklich. Ich werde ganz rund rum gehen, ich kenne das Platz nämlich ganz gut. Ich weiß schon, wie ihr Blöden probiert, frei um stehen rumzukommen und das nicht zu machen. Geht kein Weh rum. Du musst ja wirklich rund rum gehen und eine richtige Weh fahren. Kann ich vielleicht doch rumquetschen? Das probieren wir uns ja gerne. Nein, ich muss nicht mal einen Schoko bohren, nein. Okay. Wie da ist ein Weh? Wann haben doch schon mal Weh? Wo ist der verdammte Sonne? Ja. 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 Das estaba prä Wo hast du das? Kannst du dich an den Nuggen? Okay. Ich finde, wir fangen mit der Tschüss, die weh. Das sollte man durch. Ach komm schon. Ganz oft springt in der Platz erkennen, dass sie gerade in der Xelndorf geht. Das sind ein paar Fehler, wo ich dem Spiel gegenfügein. Mir fällt auch, dass sie nicht schnell reagiert. Z.B. da sind Momente. Andere Momente sind z.B. wenn ich gerade Magie gesaugt bin von den Stein. Und ich dreck in den Touchpad für das Menü. Zumal das Menü geht mir doch noch. Ich dreck 5 mal bis das nennlich abgeht. Soll ich sagen, du lefst ja niemals hin, wahrscheinlich noch fertig. Und das wäre der Grund, warum ich mein Menü nicht bekomme. Für mich ist es niemals hin schon lange fertig. Mir war, mir war. Oh so, warte, ich lebe mal vor allem. Wow, Ems. Du hast einen Ice-Nicker, perfekt. Ich bin jetzt richtig schwer dabei. Ah oui. Los, ich bin auf dem Feuer, ja. Das war perfekt, ne? Das darfst du noch nicht. Oh komm, Finas. Daher sein muss ich auch noch nicht mehr hin. Ich frage mich, dass die Spraue in Deutschland und gehen. Das war die 400-K87-Boss. Das ist die Spraue. Das ist das Jungle da. Überall man nicht miterlemmt. Da gibt es noch einige Spraue. Da sind sie noch nicht gut. Oh, das ist schon fertig. Das ist es. Was ist es? Ich habe eine neue Recipe. Gut so. Oh, ein Eisbombo. Nein, ein Blitzbombo. Er wird aber ein Eisbombo geben. Ich meine, du willst eh nichts für deine gleiche. Okay, okay, wir haben die bei dir. Nice, A plus, A plus. Wenn da ein anderer Spruch spielt, wie zum Beispiel Deutsch oder Französisch, da kriegt er keinen A plus Wert, da kriegt er einen verstärkt. Da hätte ich nicht fährten. Das ist nicht, dass ich so schlecht spielen. Hehehe. Ja, ich habe eine 3-Seite schon gelockt. Ajo, ich hatte mir ja auch 4 geholt. Mit einer AP in einem Zeitpunkt. Mal sehen sie. Jetzt zählen. Okay. Okay, wir schwenken die 2 Wehr und bringen noch die nehmliche Richtung, dann schwenken wir den Halt der Geramat, merci. Und High. Fossil Wood. Oh komm, das nervt mich ein bisschen, das fand ich noch nicht. Soll ich mir das doch egal, warte, die Gegner könnt doch noch. Thiefs Way, wo ist das dann? Phasing cost mana. Okay, saugut. Wie wird hinsch du? Confusion Protection. Stimmt, 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 ich kann mich da drunter ran. Okay, die kann ich mal verschwellen, dann schrauben die heute mal. Mana MPf, jetzt phasing, das ist immer gut. Nach Mayfire. Ach komm, ich bin blockiert. Wahrscheinlich den Fall schon. Ich bin noch nicht gestanden, nicht wahr? Schau. Schau. Allee komm, du kommst rüber. Merci. Ich fand halt cool, dass die natürlich Tröbel in der Hand waren, wie wenn sie gegen ihn ob ihr Schritt für Schritt aufpassen, was für ihn nicht kennt. Nee, ich denke mal, hmmm, oh. Oh, ich konnte einen zusätzlichen Magic Flask. Nee, ist schon nicht witzig, dass ich da so viel kriege. Nee, bringt mir nicht viel. Also, vielleicht schon, nee. Ich müsste dann eine bessere Kombinationen finden. Ja, ich hole ihn an sich mal da rein, bevor ich das mache. Das darf ich eigentlich nicht. Ich bin schon dreimal gedreckt, bevor das dem Menü auch gegangen ist, leh. Ja, ich kann ein bisschen Blitz gebrauchen. Ja, ich kann ein bisschen Blitz gebrauchen. Zusummen mit, äh, was nicht Potion, einfach das Heal-Caster, ja. Okay, geht nicht mehr wie weniger an uns. Strategisch bleiben bei Feierstuhl. Drei. Okay. Okay. Was ist das so scheiße? Sie sind gerade so durchgekauft. Und zwar der Gag mit mir. Was war eigentlich richtig gut? Was? Oh, muss das sein. Ja, ich muss das sein. Ja, ich muss das sein. Ja, ich muss das sein. Kommt schon hoch. Oh, gesetzbar ist. Was war das, was ist das, was ist das, was ist das? Nagar. Was ist Nagar, so komische, besassene Samurai? Ah, nein, was hat sich das gemacht? Schrein, Schrein und Höhlen. Nein, ich bin nicht, nein! Hey! Dieses Ort ist tatsächlich das Schlimmste! Und warum muss es ein Schnee sein? Das Ding drückt mich all den Weg hier! Nein 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 nein! Los, mich lieben! Ich bin schon ein bisschen schlecht gestorben! Ah, ich war schon im Konfusion, du Bütter! Nee, nöt ok, sie sackgämisch, ähm. Komm, komm, komm. Ich will gerade den Dreck-Rash-Goal gehen, konfusieren, aber bin ich wirklich schon am Fuss geserter. Was ist der Punkt, oder? Also, Gladius, mach du das. Also, sorry für die kleinen Überraschungen, mit den Komplikationen hier. Es fällt mir immens schwer, hier abzuholen, seit ich habe das auch nicht gesehen. Hey! Black's rules! Not a deal. Watch out! Gladio, do it! Nice work, Gladio! So, wo sind wir hier überhaupt? Sind Hofgefallen und heißen überall Sachen. Also, Monster und Company. Also, wir können wohl erinnern zu sein. Es wär cool, wenn ich mich durch River King chasen Weil ich gesehne DOSIN danach, okay Ich bin hobo geblieben Surprised, motherfucker Also, laufen schon die richtige Richtung Stell mal die Früh grad wirklich, weil ich habe aufgelenkt gesehen Aber im Moment keine Planung, wo ich hingehe Oh, meine Säte waren auf der richtige Richtung Ich kann kein Schwertgeheine auf verschiedene Momente, ich weiß nicht was Und sie stehen alle gut Ich will aber gerne ein bisschen erkunden Ein bisschen gucken, ob er heute noch so rundherum geht Okay Sind danach doch? Oder war das? Was? 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 Oh, Glückwunschwunsch! Schau was wir hier haben Awesome So, wir haben noch genug gefunden Keine Glück Ich glaube wir brauchen noch andere Schlüsse Die wichtige Frage ist, wo schauen wir uns? Soll er in den Dungeon sehen? Hahaha, mir gefällt das! Ich habe gesagt! Das ist sie! Mach etwas nicht! Oh! Naga schwarzt! Das ist schon keine Ahnung wo! Ich meine ganz egal, wie immer Ganfert hat, wer das Scheiße ausging. Nolly, lass mich kämpfen! Okay, Eiser nicht kann sein Dingern. Äh, Fire nicht sein Dingern, Eiser sind Schraft. Naga, was wir haben eine Chance? Nein, null Chance! Das war einfach. Oh, das ist eine Daube. Das ist eine Daube. Das ist eine Daube. Das ist eine Daube. Oh, endlich. Okay. Also, Vibrationen. Oh! Das ist eine Daube. Das ist eine Daube. Das ist eine Daube. Das ist eine Daube. Vielleicht wäre es besser, sie zu spüren. Nur eine Daube. Lass diese Daube. Das ist eine Daube. Okay, Noctis hat ergeriert den Mark der Folgen. Ein Symbol von Rhymas' favor. Zurück zur Entfernung. Ja, bitte. Das ist eine Daube. Okay, also. Wir grünen jetzt in der zweite Mark. Schönes Bild von Luna. Schönes Bild von Luna. Schönes Bild von Luna. Spiele gesagt, nicht so. Aber ja. Fett geschieht, Loh. Loh muss selbst geschehen, ne? Weil wir nämlich schneller als von Marien müssen. Ich glaube, Rama hat endlich die Schäuhe bekommen. Da ist es groß. Viel größer als die letzte, die wir gesehen haben. Für den Start. Fast Regalia. Kriegen wir die Lorraine. Hey, Heinz. Über eure Auto. Ja. Ich habe sie gefunden, aber sie ist aus der Basis. Oh. Nun, ich kann die Garage-Folk nicht problemen. Aber Sweet Talk in the Empire? Das dauert etwas, was zu tun. Keine Frage. Ja? Wir werden es herausfinden. Ja. Du bist sicher über das? Ja. Danke für die Hände. Later. Und andere wird er mich lohnen, seinen Verkauf. Was? Du kannst nicht mit ihr so zu sprechen. Ja, ich kann. Ich habe es nur gemacht. Und hat sie keine Wahl für dich? Ja. Die Regalia ist an einer imperialen Basis. Oh, Mann. Das ist einfach nur eine Frage. Wenn du siehst. Wenn du siehst. Wenn du siehst. nicht, nein? Haha. Ein new Praktie-Drill und der плат бегl ins hat die deutsche arms werdenkommt, praktische Drill. Oh, Praktie-Drill. Nicht Praktie-Drill. Ich hoffe, ihr wisst hier die Morde. Warum sollte man zagen? Ich kenne nichts, wo ich da bin. Nein. Ah, gemischt dort. Komm, bringen ihm doch mal etwas Neues bei. Technik für Ignis oder Skladiolus. Regroup. Bring all together. Ah, das tun wir schon mal an. Dann können wir das mal direkt ausrüsten. Ja. Das bringt Leute zusammen. Dann soll ich doch hier das Mereis hehlen. Kann sein, dass es gut ist. Also das geht vielleicht gut benutzen. Oh, so. 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 Oh. Oh, so. In, two, one, drei. Okay, das mal eine Sache, wenn wir kommen gleich zum Schluss von der Folge, das ist auch vielleicht der Grund für die weiteren Klänge einer Brüchung dran. Ich muss euch vielleicht auch erklären, was dafür steht. Weil, ja, ich fand den Result auch informiert, gegen ihn wird am Moment dafür, wie es sich so lebt. Das ist auch das Lohr eben, wie der Mordkode eben schmankend oft genug an den letzten Folge gesucht. Ich weiß nicht, ob wir jetzt davon haben. Und das können wir noch nicht ganz viel Flottes machen zu sprechen, aber auch verschiedene Komplikationen, was in der Channel geht. Und zwar, was ich da, mein Aufheil zu sehen, noch geht. Ich kann nicht mehr so frei aufheilen, wie es sonst immer kommt. Ich habe verschiedene andere Responsabilitäten, wo ich nur gucken muss, wenn ich eben Zeit gebe, dass ich mich knappe. Das ist auch der Grund, wie ich ein bisschen mehr erklären will, wie das in Zukunft wahrscheinlich weitergeht. Wie das Lohr für 2017 für und alle weitergeht. Und zwar, wenn ich für May sagt, Iwats. Das Schwert, ich fand selber Schwert, aber ich fand Sachen von May, Iwats. Iwats Livestreamer. Und natürlich fand ich gerade Zeit loszutun, spiel ne Stück weiter. Und vielleicht guck nicht, dass ich dann meinen Livestreams riefer holen. Und dass in denen auch immer das Video kann gucken. Ja, das geht wahrscheinlich immer ganz lang, Video, ne, von den Stunden oder so. Ja, wenn ich mir dann Zeit fahre, um zu holen, dann werde ich auch wirklich gucken, gut zu spielen. Etwas auch, ich werde wahrscheinlich nicht mehr so regelmäßig das Video bringen. Weil, ja, das hatte ich immer Sondes, wo ich ganz viel kann abholen oder in der Hinsicht eben. Oder oben sind ich Kampfen, da habe ich uns schon noch schnell abgeholt. Das wird wohl nicht mehr so funktionieren. Ja, das ist alles Schwert, mir war. Und so, ich meine, ich hoffe, ihr versteht das mal. Aber nicht, ja, dumm gang, ne. Das ist leider so. Und, was ist das von uns? Einfach. Calamity, meine Schock. Okay. Na ja, ein hat gerade gesucht, der Ramo hat aufgehalten. Und na, wo man scheißt, wie er da. Aber mir rufen dann den Choco. Und da werde ich heimul mengenisch Gessenstil stehen bleiben. Und, ja, Wanderwild gucken, eben, wie gesagt, Wanderwild Geschichte von allem weitergucken, werde ich dafür sorgen, dass ich AllKSWansch515, ich werde den Livestream spielen, dann, äh, die Video highlighten am Twitch. Und dann revierter, die können auf mich am Twitch-Channel gehen. Und, ja, einfach nehmen, neinkommige Lives nur gucken. Wo ich dann eben, falls da die Live verpasst wird, wird, ja, ich verschein ich, Kreml wird wiederkommen. Kann ich ja nicht immer live dabei sein. Aber, so könnt ihr wenigstens nach, so lange ich da das Highlight hören, könnt ihr aber gucken. Weil, nämlich, alles, was euch abhören, bleibt maximal 30 Stich, da. Wo muss ich hin? Bleibt maximal 30 Stich, da, wo ihr das? Und da verschwindet halt. Und dafür ist es wichtig, dass ich dafür sorgen, dass die Obnahmen... Ah, ich muss da hin und gehen, okay, die Basis. Anderein. Äh, ja, dafür muss ich dafür sorgen, dass dann meine Obnahmen als Highlights aufgespeichert gehen, sonst nur 30 Stich können, die verschwinden. Aber, ob ich da voll den Hauptmessage aus denen eben, dass ich in Zukunft eben nicht so oft werde können, abholen. Und dadurch hoffentlich, dass ich aber noch kann... Sind das? Ich hoffe, dass die Serie euch aber gefällt, ich hoffe, die kommt auch gleich gucken am Twitch, wenn ich da mal mich regelmäßig sehen. Ich werde keinen spezifischen Livestream-Dach auch kennechen. Wenn ich von YouTube privilegiere auf Twitch und mit Livestream... Oh, Gigantot, die Führung ausbohnt. Wenn ich die Wüßel machen eben, wie gesagt, von YouTube auf Twitch, da werde ich höchstwahrscheinlich bald alle Dach dann Livestreamen. Da werde ich mich einfach nicht so stehre, lossehnen, ja. Und auch, weil Kamedi am Hammerbunders, ich finde bei Twitch ist das viel mehr akzeptabel, wie, äh... Ich finde, um YouTube kann ich... Will ich das nicht. Video in Fingern schlechter Qualität draufsetzen, immer weil... längst auch jetzt Sachen geschehen, wo ich nicht dafür kann. Obwohl dann die Qualität von meinen Abnahmen... Verschlechtet. Haha, ich gehe nicht mehr an Detaile, wenn man in Wahrheit geht genau mehr. Ich hoffe, du verstehst das. Aber ja, das war dann Alpenmilch Gaming mit Final Fantasy 15. Wie gesagt, wenn du willst gucken, wie das heute Führung geht, an der Geschichte, dann inviteren dich um Twitch zu gucken. Ich werde auch einen Link an der Beschreibung holen, wo ihr dann direkt könnt, auf den Channel rübergehen. Und ja, wenn du auf Follow direkt über Twitch, da kriegst du auch eine Meldung auf eurer Applikation, falls dann um Handy holt, oder per E-Mail, wenn du das willst, wenn ich online komme. Ich werde natürlich auch hier aus Urkönigern über Facebook-Seite, sowie Twitter, eben, wenn ich dann live sehe. Meine Leute, der Tote war dann Marika Alpenmilch mit Final Fantasy 15. Merci, dass ihr noch geguckt habt. Hab ich's auf Twitch. Ciao.